Josch Jelen draußen. In der letzten halben Stunde haben die Statistiker 11 zu 0 Torschütze für das deutsche Team gezählt. Und es waren eine Menge hochkarierter dabei. Jetzt vielleicht noch einmal. Und jetzt ist es da! Oliver Rewey und das ist hochverdient fürs deutsche Team. In der ersten Minute der Nachspielzeit und hier spielen sich unglaubliche Szenen ab. Unten auf der deutschen Wand, oben auf den Rängen. Die beiden Eingewetzelten entscheiden das Spiel. Da wird Odonko geschickt. Im Rücken der polnischen Abwehr. Drei Mann kommt auf ihn zu. Kluge Planke. Und klasse Aktion von Oliver Newell. Der hat einen sensationellen Lauf. Seit ihm Jürgen Klinsmann reaktivierte fürs Nationalteam. Boros ohne Schoff. Korb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017